Features für deinen Nintendo Switch, die du auf jeden Fall kennen musst. Als erstes, wenn du im Lockscreen bist und andere Knöpfe als denselben Knopf dreimal hintereinander zu drücken, dann gibt es lustige Geräusche. Hör kurz hin. Die Joy-Cons können deinen Fernseher einschalten. Wenn du es in den Geräteeinstellungen aktivierst und einen kompatiblen Fernseher hast, kann deine Switch deinen Fernseher auch einschalten. Und zuletzt, wenn du einen speziellen Adapter für deine Switch kaufst, kannst du jeden beliebigen Controller beim Zocken verwenden. Egal ob PS4, PS5 oder auch Xbox.